Ja, servus Leute! Ich bin ja immer wieder auf der Suche nach neuen technischen Spielereien, Gimmicks und seit geraumer Zeit habe ich die Amazon Ring Kamera und Türklingeln im Einsatz. Damit bin ich aber nicht so ganz zufrieden, denn Punkt A, man braucht ein Abo-Modell, um die Videoaufnahmen speichern zu können, hat also monatliche Kosten. Dann reagiert die App nicht zuverlässig und auch Amazon Echo zeigt mir nicht immer an, dass jemand vor der Tür ist bzw. klingelt. Also, so richtig zuverlässig läuft die zumindest bei mir nicht. Und da kommt es mir natürlich gelegen, dass Euphi mir die Dual Camera Double Security zur Verfügung gestellt hat, um die mal auf Herz und Nieren zu testen. Und hier der große Vorteil, den ich schon gleich von Beginn an sehe, ist die Tatsache, dass man keine monatlichen Gebühren zusätzlich zahlen muss, sondern man speichert das Lokal bei sich und hat dann auch so viel Zugriff, wie man möchte. Und das finde ich persönlich ein bisschen charmanter als das Modell von Amazon. Und wir schauen uns heute mal an, was dieses Teil tatsächlich kann, beginnen aber wie immer zunächst mit dem Unboxing. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal an, was sich Schönes in der Schachtel befindet. Verpackung ist meistens recht schick bei Euphi und lässt sich gut öffnen. Das ist ja auch der Fall. So, da haben wir dann schon das gute Stück. Hier haben wir also einmal die Basisstation mit integriertem Speicher. Wir brauchen also kein Abo mehr, das finde ich gut. Hinten haben wir einen Anschluss für DC. Wir haben einen USB-Anschluss. Wir haben einen Netzwerkanschluss. Und wir haben auch einen Sync-Alarm-Off-Knopf. Hier oben ist wahrscheinlich zum Reset. Und wir haben natürlich auch einen integrierten Lautsprecher für den Klingelton. Das stellen wir schon mal zur Seite. Dann haben wir hier die Außeneinheit mit integriertem Akku. Ich mache die Folie mal ab. Sieht recht schick aus hier mit einem goldenen Rand um die Kamera. Da macht Euphi aber einen auf dicke Hose. Unten haben wir dann die zweite Kamera. Hier auch diverse Sensoren augenscheinlich. Wahrscheinlich auch Infrarot für Nachtsicht. Das muss ich aber in der Beschreibung nochmal mir angucken. Dann haben wir hier die Rückseite. Wir sehen hier zwei Anschlüsse für Klingeldraht. Also wenn ihr einen DC-Anschluss, ich glaube 12 Volt oder 5 Volt müsste das sein. Muss ich nochmal nachgucken, blende ich hier ein. Dann könnt ihr das hier anschließen. Dann braucht ihr den Akku nicht mehr aufzuladen. Sondern dann wird ihr einfach durch den bestehenden Klingeldraht, der eh schon vorhanden ist, aufgeladen. Hier ist eine Sync-Taste. Dann was haben wir hier oben? Das hier ist zum Einrasten offensichtlich. Das kann man dann mit einem Pin wieder lösen. Und hier müsste der USB-Anschluss sein. Jawohl, da haben wir einen USB, was ist das? Ein Mini-USB-Anschluss ist das, glaube ich. Also, das sind die Anschlüsse an der Außeneinheit. Wir gucken mal, was jetzt noch in der Verpackung drin ist. Einmal anheben. Deckel zur Seite. Hier haben wir einen Adapter für unterschiedliche Stromanschlüsse. Aha, noch einen Adapter. Der ist dann für uns hier relevant. Wir haben hier die Montageeinheit. Daran wird dann später das Gerät hier eingeklappt. Man sieht das hier. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier oben sind also ein paar Nupsis. Hier kann man dann mit so einem Docht reinstechen und das Gerät wieder entriegeln. Das werde ich jetzt aber noch nicht fährriegeln. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Adapter oder eine alternative Plattform, um das anzubringen. Um dann einen Winkel drin zu haben. Ihr seht das hier. Dann ist also das Gerät unter Umständen mehr zur Tür geneigt. Eventuell werde ich das sogar verbauen. Das könnte ganz geschickt sein. Und dann wird das hier wahrscheinlich draufgeschraubt und dann wieder verriegelt. Lässt sich das auch irgendwie... Nee, aber rein geht es nicht. Aha. Das wäre also dann so oberflächlich. Das ist aber auch nicht so schön. Warum sind denn die dann hier nicht integriert? Okay, warum das dann jetzt so ist, da bin ich mir nicht ganz im Klaren drüber. Weil das Gerät so draufsetzen geht ja auch nicht. Nee. Also ihr müsst dann auf jeden Fall auch den Rahmen hier noch montieren. Das finde ich jetzt halt ein bisschen ungeschickt. Weil da haben wir dann hier so einen Abstand. Warum Euphi das so gemacht hat, weiß ich nicht. Mir wäre es natürlich lieber, das würde Plan anliegen. Okay. Dann haben wir hier natürlich das Netzteil. Moment. Und schon ist es eingerastet. Da haben wir unser Netzteil. Ich zeige euch auch hier nochmal die Werte. Das seht ihr das. Dann haben wir hier noch ein Netzwerkkabel als Flachausführung. Hier müsste es das eigentlich gewesen sein. Und hier runter befindet sich eine Bohrschablone. Diverse Aufkleber, um die Leute auch wissen zu lassen. Hier wird Kamera überwacht. Das brauchen wir ja. Ein Quick Manual. Hier wie gesagt ein Quick Start Guide. Dann haben wir hier. Oh, guck an. Montagematerial. Mit Dübeln. Und wir haben hier auch für die Verkabelung solche Schuhe. Solche Kabelschuhe. Damit man dann auch das Klingelkabel seriös verlegen kann. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich verwenden werde. Eventuell vernudel ich es einfach hinter den Schrauben. Das habe ich, glaube ich, bei der bestehenden Anlage auch so gemacht. Und hier haben wir dann auch noch ein USB-Kabel. Er wolle zum Aufladen. Das lasse ich mal in der Verpackung drin. Und das hier ist dann der Pin, um die Kamera wieder aus der Halterung zu lösen. Ja, und hier habt ihr dann mal den gesammelten Inhalt im Karton. Es ist also alles dabei, was man für die Montage braucht. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich werde also die Außeneinheit und die Basisstation mal installieren und in Betrieb nehmen. Normalerweise müsste ich mir die Euphi-App jetzt runterladen und auch einen Account anlegen. Ich habe die aber schon auf dem Handy. Ich blende das hier auf jeden Fall als Video auch ein. Und dann seht ihr schon meine beiden Geräte. Dann bekomme ich hier gleich was mit Rabatt angezeigt. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das Gerät direkt finde. Wir gehen also mal auf Plus. Homebase. Mal schauen. Video Double. Da haben wir es doch schon. Video Double Battery Powered. Video Double Dual Wired. Video Dual Battery Powered. Da ist es schon. Die nehmen wir. Wir haben also hier auf der Rückseite der Klingel so einen QR-Code. Ich decke den mal ab, weil sonst kann man das vielleicht nachscannen. Den scanne ich jetzt also mal mit der App. Also, Sync-Taste drücken. Jetzt habe ich einen Signalton gehört. Ist der tönt? Für die WLAN-Verbindung verwenden Sie die Türklänge, um den Code auf Ihr Telefon zu scannen. Okay. Also, jetzt scanne ich diesen Code, der mir hier angezeigt wird. Mal schauen, ob er das macht. Ich lege das Handy mal hin. Jetzt hat es gepiept. Er verbindet sich. Ich soll warten. Die Einheit blinkt. So, jetzt habe ich hier hinzugefügt angezeigt bekommen. Fast fertig. Befolgen Sie die restlichen Schritte. Also, weiter. Eine herkömmliche Verkabelung. Ja. Und ich möchte sie verwenden, um die Türklingel durchgehend mit Strom zu versorgen. Jawohl. Ich möchte nicht meine existierende Türklingel verwenden, sondern die der Basisstation. Okay. Er sagt mir jetzt hier also schließen, fehlgeschlagen. Ich gehe also nochmal eins zurück. Okay. Ich klicke jetzt mal auf Ja. Das wäre also möglich. Aber wir gehen wieder zurück. Ich will ja nicht. Ich will ja nein. Jetzt hat er es genommen. Warum er es die ganze Zeit nicht genommen hat? Keine Ahnung. Jetzt gibt er mir hier eine Überprüfung der Verkabelung vor. Weiter. So. Jetzt kriege ich hier scheinbar noch weitere detaillierte Anweisungen. Ich scrolle das einmal für euch durch. Dann seht ihr das mal. Das sind also die In-App-Anweisungen, die man da erhält. Steht teilweise dann auch so in dieser Quick-Bedienungsanleitung. Ja, fertig stellen. Jetzt sollte das alles schon funktionieren. Spritz-Screen-Ansicht. Ja, das lassen wir so. Speichern. Ah, war verdeckt durch meine Anzeige für das Screen-Recording. Wir speichern das Ganze. Einrichten erfolgreich. Jetzt mache ich es auch gleich mal. Ich klingle einfach mal. Klingle einfach gleich einen doppelten Ton. Dadurch, dass ich bereits eine Homebase von Euphi im Einsatz habe, musste ich jetzt also zur Installation der Kamera keine Homebase verbinden. Ich zeige euch aber trotzdem mal, wie das Ganze funktioniert, damit dann auch die Aufzeichnungen auf der Homebase 2 entsprechend gespeichert werden. Bei mir wohlgemerkt ist es die andere Homebase, die dafür zur Verfügung steht. Was wir jetzt noch machen werden, wir werden noch die Homebase verbinden. Homebase 2 müsste das sein. Wir machen es bei mir im Haus. Schließen Sie Homebase an den WLAN oder an? Das haben wir alles. Verbinden Sie Ihr Mobilfilm mit dem selben WLAN. Habe ich. Warten Sie eine Minute, bis die Homebase-LED von Rot auf Blau wechselt. Sie ist auf Blau gewechselt. Weiter. Jetzt scanne ich auf der Rückseite den QR-Code. Das hat geklappt. Drücken wir hier kurz. Hat es funktioniert oder nicht? Geben Sie dem Gerät einen Namen. OK. Bestätigen. Oh, jetzt geht hier auch das Licht aus. Hinzugefügt. Weiter. Jetzt wird die Firmware noch überprüft. Homebase 2. Alles perfekt. Verbesserung im Funkbereich. Weitere Geräte hinzufügen. Fertig stellen. Und damit haben wir jetzt auch die zweite Homebase hinzugefügt. Ich habe jetzt auch zwei Homebases. Ihr seht das. Also bin gut ausgerüstet. Ihr seht das also. Das funktioniert schon mal. Jetzt muss ich natürlich die Außeneinheit noch montieren. Und damit geht es jetzt weiter. Hier haben wir also dann meine bisherige Amazon Ring Kamera für außen. Ich habe unten auch schon den Stift gelöst. Die müsste also einfach rausgehen. So, die haben wir hier. Und dann seht ihr schon, ist hier schon verschraubt. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich Glück und die Löcher passen sogar. Das probiere ich jetzt also mal. Erstmal die demontieren. Ich hatte jetzt tatsächlich unfassbares Glück. Ein totaler Zufall. Die Schrauben, also die Löcher, passen direkt mit der Ring Kamera überein. Ich nehme an, das ist kein Zufall. Also die Maße stimmen ganz genau für die beiden Schrauben. So konnte ich das jetzt völlig problemlos hier schon mal fixieren. Jetzt muss ich also die Drahten noch vernuddeln. Ich gucke mir jetzt nochmal diese Kappen an. An der Amazon Kamera hatte ich es nur so vernuddelt an den Schrauben. Aber vielleicht ist das seriöser, wenn ich das Material von Euphi doch benutze. Also diese Kappen sind richtig klasse. Die werden hier einfach nur drauf geschraubt. Und dann sollte das Ganze auch schon gut isoliert befestigt sein. Also das gefällt mir richtig gut. Da hat man mitgedacht. Und ich habe auch dieses seitliche Teil verwendet. Also diese Winkelverstellung, Winkelhalterung. Und habe damit auch hier ein bisschen Montageplatz. Und kann die Kabel einfach so reinmachen. Und hier habe ich jetzt die Kabelschuhe. Die verschraube ich auf der Rückseite. Dann klinke ich entsprechend die Einheit ein. Die Außeneinheit. Und dann ist das Ding schon fertig montiert. War jetzt eine Sache von 10 Minuten, weil die Löcher schon da waren. So, jetzt werde ich also noch die Schuhe hier hinten reinmachen. Mal nehmen wir den für die Seite. So, einmal dicht. Also funktionieren tut es. Ich bin versehentlich auf den Klingelknopf gekommen. Dann müsste sie jetzt auch geladen werden. Ich muss unten dann auch die Sicherung reinmachen. Und dann klinken wir das Ding mal ein. Das war es schon. Damit sitzt sie schon. Also, sie sitzt, wackelt und hat Luft. Jetzt werde ich unten die Sicherung reinmachen. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze in die Luft fliegt. Ja, Leute. Die Außeneinheit ist montiert. Und ich bin ja selten begeistert. Und das hier ist auch ein gesponsertes Video, ganz klar. Aber das war die einfachste Montage ever. Dadurch, dass die Löcher von der Ringkamera zufällig gepasst haben, bin ich also ganz überrascht. Ich gehe mal davon aus, das ist kein Zufall. Da gucken die Hersteller offensichtlich ein bisschen nacheinander. Damit das einfacher ist, zwischen den Herstellern hin und her zu tauschen, ist schon erstaunlich. Also, die Montage gibt es einen absoluten Daumen hoch. Einfacher geht es nicht. Auch die Kommunikation über die Anlage funktioniert ja. Das haben wir drinnen schon gesehen, als ich dann die Stollgeräusche hatte. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Kamerabild aussieht in der App. Und ob er jetzt auch schon was aufgezeichnet hat. Weil ich bewege mich ja auch ein bisschen vor der Haustür. Also eigentlich müsste er auch schon ein bisschen was gespeichert haben. Das gucken wir uns jetzt an. Und jetzt probieren wir mal, ob das mit der Klingel auch über die App funktioniert. Hallo? 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 Ihr seht also, der Ton funktioniert auch. Aber jetzt will ich auch noch mal die Klingel hören. Die habe ich eben auf Kamera gehört. Das muss hier natürlich auch funktionieren. Ah, jetzt hat sie geklingelt. Ich bekomme hier hoffentlich auch eine Mitteilung. Jawohl, kann ich antippen. Schon baut er eine Verbindung auf. Und schon sehe ich mich. Und meine Schlappen sehe ich auch. Was natürlich ein bisschen peinlich ist. Ihr seht, wie ich hier den Fuß bewege. Und wie gesagt, ich kann auch hier direkt wieder mit mir reden. Das doppelt dann halt durch das Mikrofon vom Smartphone. Aber die Qualität ist echt der Hammer. Das zeige ich euch aber jetzt drin nochmal. Und ich mache jetzt auch nochmal eine Aufnahme, wie ich vor der Tür stehe. Über die Videorekorder-Funktion. Finde ich richtig cool. Da habt ihr also mal so einen Eindruck von der grundsätzlichen Funktionsweise bekommen. Funktioniert bei mir einwandfrei. Auch die Bildqualität ist wirklich gut. Auch in der Nacht. Da gibt es also nichts zu meckern. Jetzt will ich aber nochmal auf die eigentliche Stärke. der Euphi-Kamera-Klingel eingehen. Und das ist in meinen Augen die Software, die App. Die eigentliche Stärke des Systems ist in meinen Augen die Software. Die App hat einen Funktionsumfang, wie ich das von keinem anderen Kamerasystem kenne. Also es ist auch eine Erkennung dabei. Es kann also Fahrzeuge erkennen. Es kann Haustiere erkennen. Es kann Menschen erkennen. Es kann auch erkennen, dass ich jetzt vor der Tür stehe. Das ist natürlich unter Datenschutz-Gesichtspunkten für den einen oder anderen vielleicht schon wieder ein bisschen too much. Ich weiß auch nicht, wo genau die entsprechenden Bilddaten zur eigenen Person abgelegt werden. Also darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Wobei ich mir auch sage, wer ein Handy hat, der gibt seine Privatsphäre zum Teil dann sowieso schon auf. Und ich bin sowieso auf YouTube zu sehen. Also für mich überhaupt kein Problem. Ihr seht jetzt hier auch mal die Übersicht der Alarme, die ausgelöst wurden. Ich habe das also auf besonders sensibel stehen. Hier unten sieht man mich auch an der Rückkamera praktisch Hecke schneiden. Das ist jetzt nicht die Frontkamera, sondern das ist das Euphi-System im Allgemeinen. Das läuft bei mir dann auf ein und dieselbe Basisstation. Also funktioniert einwandfrei. Dann was den Funktionsumfang angeht, hatte ich ja schon gesagt, dass er schlägt einen fast. Wir können mal hier drauf gehen auf die Einstellungen. Dann seht ihr hier schon mal duale Erkennung. Da könnt ihr also sagen, was alles erkannt werden soll. Und hier auch die angesprochene Gesichtswahrnehmung befähigt durch Homebase. Die habe ich ja, aber ich lasse das mal weg. Dann Dual-Kamera. Da könnt ihr auch einstellen, welche Kombination entsprechend zu sehen sein soll. Ich habe Splitscreen, meine ich, eingestellt. Genau. Und das, was auch noch interessant ist, automatische Klingelreaktion. Im Moment standardmäßig auf Englisch. Man kann auch was Eigenes aufnehmen. Hier könnt ihr das auch mal sehen mit der Kurzantwort. Da könnt ihr also was Eigenes hinzufügen, wenn ihr das möchtet. Also auch da, die Möglichkeiten sind unglaublich. Was ihr auch habt, ist eine Lieferungsüberwachung. Das zeigt bei mir direkt auf den Abstreifer vor der Haustür. Also wenn da ein Paket liegt und es käme jemand, der würde das stibitzen, dann wüsste ich, wer es war. Ihr könnt einen Aktivitätsbereich festlegen. Also Aktivitätszone vor der Ansicht. Aktivitätszone an sich. Das machen wir mal gerade auf. Und dann kann man hier, so habe ich es zumindest verstanden, auch entsprechend einstellen, wenn es funktioniert. Ihr seht es, er will es jetzt gerade nicht laden. Live konnte nicht wiedergegeben werden. Internet-Kabel, drücken Sie Cycle-Taste, bla bla bla. Also die App funktioniert nicht immer ganz so, wie ich es mir vorstelle. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Ich habe aber ein Screenshot schon mal gemacht. Dann seht ihr die Aktivitätsbereiche, die ich ausgegrenzt habe. Da würde ich mir halt wünschen, dass da dann auch das Bild ausgegrenzt ist, weil in Deutschland ist es ja so, dass man gewisse Bereiche nicht einfach überwachen darf. Und das funktioniert bei den normalen Euphi-Überwahrungskameras einwandfrei. Bei der Hauskamera habe ich das noch nicht so richtig hinbekommen, dass das auch entsprechende Bereiche im Bild ausgrenzt. Also da muss Euphi noch ein bisschen an der App arbeiten, an der Software von der entsprechenden Klingel. Aber ich gehe davon aus, dass man da regelmäßige Updates bringt und das auch in den Griff bekommt. Aber das der Vollständigkeit halber auch als Info für euch. Es gibt also noch ein paar Bugs bei dem System. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich hoffe aber, wie gesagt, dass Euphi das Ganze abstellt. Eine Sache, da habe ich auch nicht vergessen. Es gibt die Möglichkeit, Amazon Echo klingeln zu lassen. Da gibt es also einen Skill. Ich habe den aber nicht zum Laufen gebracht. Bei mir will Echo einfach nicht mit der Euphi-Klingel zusammenarbeiten. Das ist also auch noch so ein Bug, den Euphi auch noch beheben muss. Das sind also mal so ein paar Eindrücke zur App. Den vollen Funktionsumfang kann ich hier nicht darstellen. Dann würde das Video wahrscheinlich zwei Stunden lang. Ich bin aber von den grundsätzlichen Möglichkeiten begeistert und hoffe noch auf ein paar Optimierungen. Ja, das war dann also mein Video zur Dualcam von Euphi mit integrierter Klingel. Ich bin von dem Gerät grundsätzlich total begeistert. Die Bildqualität passt, die Reaktionen passen. Der Funktionsumfang ist der absolute Wahnsinn. Im Detail gibt es noch Verbesserungsbedarf. Also die Software funktioniert an mancher Stelle noch nicht, so wie ich mir das vorstelle. Da ist sicherlich Luft nach oben, aber es ist Software, da kann Euphi sicherlich nachbessern. Und ich hoffe da auch auf Verbesserungen in der Zukunft. Von daher gibt es von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für das System. In der Anschaffung natürlich ein ganzes Stück teurer als jetzt zum Beispiel die Amazon Ring Kamera, die ich ja auch habe. Aber dafür entfällt halt die monatliche Grundgebühr. Und dann hat man den Mehrpreis über den gesamten Einsatzzeitraum einer solchen Dual-Kamera natürlich locker raus. Die gibt es übrigens auch ohne Akku, wenn ihr es sowieso über den Klingeldraht mit Strom versorgen wollt. Das gibt es also auch. Ihr findet auf jeden Fall auch Links zu dem entsprechenden Produkt unten in der Videobeschreibung. Das soll es dann von mir aus gewesen sein zur Euphi Dual-Kamera mit integrierter Klingel. Ihr könnt ja nochmal unter das Video schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten war es das für das Video. Wenn ihr Fragen habt, Anrege oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und Abos wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video. Bis zum nächsten Mal.